Berlin, Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Rundfunk macht der Schallplatte immer mehr Konkurrenz. Technisch war er der Schallplatte ohnehin schon überlegen. Einerseits durch die Möglichkeit seiner abwechslungsreichen Originalübertragungen und andererseits durch seine großen Reichweiten. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernareté. Sie bringt Ihnen einen Fox-Rot zu Gehör, wenn die West-Band spielt. Zunehmend finden wir in den Rundfunkzeitschriften Hinweise auf europaweite Ausstrahlung hochkarätiger Konzertereignisse. Größter Nachteil des Rundfunks gegenüber der Schallplatte aber sind jener Zeit noch die ihm fehlenden geeigneten Aufzeichnungsmöglichkeiten. Das Tonband ist noch nicht erfunden. Und Schallplatten enden jeweils nach wenigen Minuten. Viel zu kurz beispielsweise für eine komplette Sinfonie. Geschweige denn für einen ganzen Konzertabend. Die findigsten Rundfunktechniker suchen nach geeigneten Lösungen. Aber zunächst noch führen alle in eine Sackgasse oder bleiben in den Kinderschuhen stecken. Umso bemerkenswerter ist die versuchsweise Aufzeichnung der Live-Übertragung eines Gastspiels der Staatskapelle Dresden mit Fritz Busch am Dirigentenpult aus der alten Berliner Philharmonie. Die Berliner Lokalpresse berichtet ausführlich über das Ereignis. Die Vossische Zeitung ruft in diesem Zusammenhang sogar zurückliegende Gastspiele des Orchesters unter Ernst von Schuch und Richard Strauss ins Gedächtnis zurück. Das Gastspiel ist ein Ereignis von überregionaler Bedeutung. Der Deutsche Rundfunk überträgt das Programm über seine Sender Berlin, Magdeburg und Königs Wusterhausen. Mit dieser Schaltung ist das Konzertereignis auch international empfangbar. Schon frühzeitig hatten es sich die Verantwortlichen der Reichsrundfunggesellschaft zur Aufgabe gemacht, besondere Veranstaltungen nicht nur europaweit zu übertragen, sondern den musikalischen Augenblick auch festzuhalten und für die Nachwelt zu konservieren. So wurde zum Beispiel das sensationelle Berliner Gastspiel von Arturo Toscanini und den New Yorker Philharmonikern vom 28. Mai 1930 in der Berliner Philharmonie nicht nur über die Funkantennen weltweit hörbar gemacht, sondern es gelang auch eine Aufzeichnung, die archiviert und katalogisiert wurde. Dieses sicherlich einmalige Tondokument der Rundfunkgeschichte gilt heute als verschollen. Von der einstigen Existenz kündet nur noch der entsprechende Eintrag im ersten Verzeichnis der Schallaufnahmen der Reichsrundfunggesellschaft, RRG. Anders verhält es sich bei dem neun Monate später stattfindenden Staatskapellengastspiel. Wenn gleich auch nicht das gesamte Konzert erhalten blieb, so liegt uns doch der Höhepunkt des Abends, die zweite Sinfonie von Johannes Brahms, als Tonkonserve vor. Die Art und Weise, in welcher Form dieses denkwürdige Konzert für die Ewigkeit festgehalten wurde, gibt jedoch einige Rätsel auf. Hinzu kommt ein weiteres Mysterium. Im ansonsten sehr akribisch geführten Aufnahmeverzeichnis der Reichsrundfunggesellschaft wird diese Aufnahme, anders als der Toscanini-Mitschnitt, nicht aufgeführt. Eine offizielle Katalogisierung hat nie stattgefunden. Was war geschehen? Der Rundfunk befindet sich 1931 noch in einer Experimentierphase. Die Zeichen der Zeit waren durchaus erkannt worden. Auf Dauer konnte der Rundfunk mit der ausschließlichen Sendung von Industrie-Tonträgern nicht überleben. Achtung, Achtung, hier Berlin. Wir senden Tanzmusik. Wir hören Rosi Pabsoni auf Odeon. Jetzt im Radio Tanzmusik, Tanzmusik, Tanzmusik. Hör ich was von Liebe, dann kommt mein Herz ins Raum. Der Plan, ein eigenes Schallarchiv mit Eigenproduktionen aufzubauen, wurde mit Hochdruck vorangetrieben. Schallplatten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch immer noch die einzig mögliche Form der Tonkonserve. Die Produktion eigener kleiner Stücke von drei bis vier Minuten Spieldauer bildete auch kein großes Problem. Schwierig wurde es hingegen bei langen Werken wie Opern, Sinfonien oder auch Hörspielen. Sicherlich blieb es noch lange Jahre bei der Live-Übertragung, entweder aus den Sendeseelen des Rundfunks oder aus öffentlichen Konzerthäusern. Im Hintergrund aber sollten fortan Apparaturen mitlaufen, die das Geschehen unmittelbar aufzeichnen konnten, um so auch spätere Wiederholungen zu ermöglichen. Nur wie hatten diese Maschinen zu funktionieren, um später auch eine Naht- und bruchlose Wiedergabe zu ermöglichen? Schellackplatten bzw. die hierfür notwendigen Aufnahmewachse mit 78er Tourenzahl erlaubten eine Aufnahmekapazität von maximal 4,5 Minuten pro Seite. Um eine unterbrechungsfreie Aufzeichnung zu gewährleisten, wurde schon relativ zeitig eine Überlappungsstelle eingeführt. Das bedeutet nichts anderes, als dass die letzten 30 Sekunden einer Plattenseite auf der nächsten Seite wiederholt wurden. Dies wurde erreicht, indem zwei Plattenschneidgeräte parallel zum Einsatz kamen. Die zweite Maschine wurde kurz vor Ablauf der ersten Maschine zugeschaltet, sodass beide Geräte nun für kurze Zeit gleichzeitig das Audiosignal aufzeichneten. Dieser Vorgang wurde so oft wiederholt, bis das komplette Werk mitgeschnitten war. Die Wiedergabe erfolgte analog über zwei Plattenspieler. Die Kunst des Sendetechnikers bestand darin, innerhalb der Überlappungsstellen den jeweils günstigsten Zeitpunkt zum Umschalten von Maschine A auf Maschine B anzupeilen und auszuführen. Ein mühsames und vor allen Dingen mit vielen Risiken behaftetes Verfahren. Eine Übersteuerung, ein falscher Handgriff oder nur ein Fehler auf der erwärmten Wachsplatte genügte, um die ganze Aufnahme zu ruinieren. Anders als bei Industrietonträgern, die ohne diese Überlappungsstelle auf den Schallplatten arbeiteten, wäre es nämlich nicht möglich gewesen, nur eine Plattenseite stillschweigend durch eine Neuaufnahme zu ersetzen. Der Musikfluss wäre durchbrochen gewesen, der musikalische Bogen verloren. Wollte man dies bei so bedeutenden Ereignissen wie dem Auftritt der Sächsischen Staatskapelle riskieren? Fieberhaft wurde nach Lösungen gesucht. Für kurze Zeit glaubte man wohl, diese beim vermeintlichen Konkurrenten des Radios, beim Kino, gefunden zu haben. Die Filmindustrie arbeitete in jenen Jahren mit zwei unterschiedlichen Kameraapparaturen, einer Bildkamera und einer Tonkamera. Letztere zeichnete lediglich das aus den Verstärkern gesendete Audiosignal auf einen separaten Filmstreifen auf. Erst später wurden dann Bild und Ton in einem Kopiervorgang synchron auf einem einzigen Filmstreifen zusammengeführt. Sollte dies die Lösung sein? Die Kassetten mit Filmmaterial erlaubten immerhin eine ununterbrochene Aufnahmezeit von 10 Minuten, also mehr als das Doppelte der herkömmlichen Schallplattentechnik. Was hätte dies aber in der Konsequenz bedeutet? Sämtliche Sender hätten mit einer Abspielmaschine für Tonfilm ausgerüstet werden müssen. Diese aber unterlagen, wie die einschlägigen Filmzeitschriften in jenen Jahren nicht müde wurden zu berichten, einem hohen technischen und auch kostenmäßigen Aufwand. Die Lizenzen für die Benutzung der Tonfilmprojektoren waren enorm teuer, die Fronten in den Verhandlungen der Industrie verhärtet. Die Presse selbst sprach vom Tonfilmkrieg. Viele Kinos waren nicht in der Lage, die Kosten für die Umstellung auf den Tonfilm aufzubringen. Die Filmproduzenten selbst mussten, wollten sie nicht enorme finanzielle Einbußen hinnehmen, eine Übergangslösung schaffen. Sie übertrugen den Ton des Films auf Schallplatten mit einem übergroßen Durchmesser von 40 Zentimetern. Diese Platten liefen, um den kompletten Ton eines einzigen Filmaktes aufnehmen zu können, mit einer Abspielgeschwindigkeit von 33 Umdrehungen pro Minute. An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu dem heute im Deutschen Rundfunkarchiv Wiesbaden aufbewahrten Mitschnitt der 2. Sinfonie von Johannes Brahms mit der Sächsischen Staatskapelle unter Fritz Busch vom 25. Februar 1931. Das Werk verteilt sich auf 4 Schallplatten mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern und 33er Drehzahl. War das Konzert also auch durch Filmkameras festgehalten worden? Das sogenannte Nadelton-System war eine äußerst kurzlebige Angelegenheit. Ein Fehler im Zusammenspiel zwischen Filmprojektor und Schallplattenspieler, eine durch Filmriss bedingte Verkürzung des Filmstreifens oder ein Fehler auf der Schallplattenoberfläche, all das hatte fatale Auswirkungen auf das Kinoerlebnis und teilweise unfreiwillige Lacheffekte zur Folge. Hinzu kam die unbefriedigende Klangqualität. Die 33er Abspielgeschwindigkeit erlaubte kaum dynamische Aussteuerung. Der Ton klang flach und stumpf und war wegen der geringen Lautstärke kaum zu verstehen. All dies, so lässt sich vermuten, führte dazu, dass der Mitschnitt dieses Staatskapellenkonzertes gar nicht erst in den Produktionskatalog der Reichsrundfunkgesellschaft aufgenommen wurde. Die ersten Pianissimo-Takte der Aufzeichnung sind aufgrund des durch die 33er Drehzahl stark erhöhten Rauschpegels kaum wahrnehmbar. Bei einer Ausstrahlung wären sie wahrscheinlich gänzlich verschwunden. Recherchen ergaben, dass es sich bei diesem Mitschnitt wohl um die erste erhaltene Aufzeichnung einer Konzert-Live-Ausstrahlung durch den Rundfunk handelt. Dank der fürsorglichen Erhaltung durch das Deutsche Rundfunkarchiv ist uns hier ein einmaliges historisches Tondokument überliefert worden. Glücklicherweise wurde das Konzert auch von Fotografen im Bildfest gehalten, sodass wir uns einen guten Eindruck von der Aufnahmesituation verschaffen können. Mindestens drei Reismikrofone werden zur Übertragung eingesetzt. Zwei stehen links und rechts vorn vor dem Orchesterpodium. Ein drittes hängt hoch oben über dem Publikum, etwa in Saalmitte, um die Saalakustik einzufangen. Das ist eine gute Gelegenheit, uns jetzt einmal einzublenden in das Konzert. Dazu wollen wir uns einmal die Fotografien vor allem aus aufnahmetechnischer Sicht genauer anschauen. Quasi als Echo aus einer anderen Zeit. Musik 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 Musik